Vielen Dank, Götz. Vielen Dank für Ihr Erschein, für Ihr Interesse an unserer Pressekonferenz. Gestern fanden die Landtagswahlen in Niedersachsen statt. Und ich möchte die Gelegenheit zunächst nutzen, um mich bei den Wahlkämpfenden zu bedanken, um mich bei unseren sehr engagierten und auch richtig guten Spitzenkandidierenden zu bedanken, bei Jessica Kaußen und bei Lars Leopold, aber auch bei dem gesamten Landesverband und natürlich auch bei den Wählerinnen und Wählern, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben, weil wir mit klaren politischen Forderungen in diesen Wahlkampf gezogen sind, zum Beispiel die Energiefrage betreffend, die Mietenfrage betreffend Gesundheit und das Bildungssystem in den Vordergrund gestellt haben. Und trotzdem muss ich an der Stelle natürlich sagen, dass das Ergebnis für uns an dieser Stelle enttäuschend ist, dass wir unsere Ziele nicht erreicht haben. Und dafür gibt es durchaus Ursachen, zum Beispiel auch im Land selbst begründet. Stefan Weil war ein sehr starker, beliebter Ministerpräsident. Ich glaube, auf den letzten Metern haben sich leider auch Wählerinnen und Wähler von uns aus taktischen Gründen für die Unterstützung anderer Parteien entschieden. Wir sind dort außerparlamentarische Opposition, haben in den letzten Jahren nicht die mediale Aufmerksamkeit deshalb genießen können, die wir wegen unserer Politik verdient hätten. Und natürlich zeigen auch die Wahlergebnisse zum Beispiel, dass wir in den Städten wesentlich stärker sind als auf dem Land. Das heißt, wir haben auch ein paar strukturelle Hausaufgaben in den nächsten Jahren zu erledigen als Partei, als Bundespartei gemeinsam in enger Zusammenarbeit mit dem Landesverband. Ich freue mich sehr, dass Heidi Reichenig heute bei uns ist, die Landesvorsitzende aus Niedersachsen. Und mit diesen eingehenden Worten würde ich dich bitten, zum Wahlergebnis etwas zu sagen. Ja, vielen Dank. Ich kann mich den Ausführungen natürlich vollumfänglich anschließen. Und ich weiß, dass das die Presse immer ein wenig langweilt. Aber ich möchte es trotzdem noch mal sagen. Ich danke allen meinen Genossinnen vor Ort, die wirklich sich wochen- und monatelang auf gutdeutschen Hintern aufgerissen haben, an den Infostanden plakatiert haben, sich auf Podien gesetzt haben, diskutiert haben, Anfragen beantwortet haben. Und das alles in einem Klima, das uns nicht unbedingt wohlgesonnen war. Also das war eine unglaubliche Leistung. Und ich glaube, ich war eine der Personen, die im Landesverband am meisten unterwegs war, qua Amt natürlich, und habe das da immer wieder gesehen. Und das hat mich tief beeindruckt. Und deswegen sage ich ganz klar, das Ergebnis haben wir so nicht verdient. Das spiegelt diese Anstrengungen einfach nicht wider. Und das frustriert uns. Das ist ganz klar. Wir haben uns da deutlich mehr erhofft. Und wir müssen das jetzt umfassend analysieren. Das ist auch klar. Ich möchte trotzdem sagen, wir hatten eine wirklich gute Kampagne. Kampagne, die war klar und deutlich. Die wurde auch von der Mitgliedschaft getragen. Wir haben in Niedersachsen alle an einem Strang gezogen. Ich glaube, das ist auch etwas, was die Linke nicht immer von sich behaupten kann. Aber wir haben das gemacht. Problematisch war es natürlich, dass es für uns sehr schwierig war, mit diesen Themen, die wir auch klar gewählt haben, klar soziale Gerechtigkeit nach vorne gestellt haben, an die Öffentlichkeit durchzudringen. Das wurde oft überlagert. Aber wir haben es an vielen Stellen trotzdem geschafft. Und ich möchte auch so einen Punkt nennen, den ich sehr positiv finde. Und das ist der, dass wir bei den ErstwählerInnen im Vergleich zu unseren sonstigen Stimmergebnissen ziemlich gut abgeschnitten haben. Also die weiblichen ErstwählerInnen haben uns zu sieben Prozent gewählt, die männlichen zu sechs Prozent. Das freut mich als kinder- und jugendpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion natürlich besonders. Und ich glaube, das zeigt auch, wie wichtig das ist, mit unserem Jugendverband eng zusammenzuarbeiten. Das haben wir in dieser Wahl nämlich auch gemacht. Und das stimmt mich doch noch ein bisschen optimistisch. Was natürlich ein großes Problem war und ist, ist, dass wir die Leute nicht erreichen, die ganz klar sagen, dass ihre Lebenssituation problematisch ist. Die, die sagen, dass sie eben nicht genug Geld zum Leben haben, die können wir nicht mitnehmen. Und das ist ja eigentlich unsere Kernklientel, diese Menschen zu vertreten. Wir haben jetzt 40 Prozent NichtwählerInnen, noch mal mehr als bei der letzten Landtagswahl. Und ich denke, das gibt uns auch ganz klar die Aufgabe, als Partei eine Strategie zu entwickeln, wie wir diese NichtwählerInnen ansprechen und die nicht eben dem Rechtenrand zu überlassen. Und ich denke, das ist was, womit wir uns auch in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen müssen und werden. Ich denke, der heiße Herbst hat da schon erst einen wichtigen Schritt getan, denn der hat eben die Sozialproteste nach vorne gestellt. Der hat den Leuten gezeigt, wir sind mit euch gemeinsam hier, um gegen die problematische Politik anzugehen. Und ich denke, da müssen wir weitermachen. Und dann sieht es beim nächsten Mal auch besser aus. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Vielen Dank noch mal auch im Namen des gesamten Bundesvorstandes, der Bundespartei, für den engagierten, wirklich leidenschaftlichen Wahlkampf. Ich kann mich auch vor Ort überzeugen können, mit wie viel Herzblut die Partei dort in den Wahlkampf gezogen ist. Und wie gesagt, kann ich noch mal an dieser Stelle unterstreichen, dass das Beispiel, was ihr gegeben habt, einheitlich in diesen Wahlkampf zu ziehen, natürlich eines ist, was wir alle uns zu Herzen zu nehmen haben. Und dann werden wir zukünftig unseren Stabilisierungs- und auch wieder Aufbauprozess weiter vorantreiben können und auch erfolgreicher vorantreiben können, als das in der letzten und jüngeren Vergangenheit der Fall gewesen ist. Ich würde jetzt gerne ein paar Worte zur Gaspreisbremse verlieren an dieser Stelle und dann denke ich in Absprache mit unserer Pressestelle auch den Fragekomplex eröffnen. Die Expertenkommission Gas und Wärme hat ja heute den lange überfälligen Zwischenbericht zur Gaspreisbremse angekündigt. Zunächst hat die Bundesregierung auch unter öffentlichem Druck und auf diesen öffentlichen Druck reagierend die Gasumlage zurückgeholt, die unsoziale, und ist komplett umgesteuert in ihrer Politik, was die Energiepreiskrise betrifft, und hat angekündigt, also eine Gaspreisbremse, so wie Sie das nennen. Ich will noch mal sagen, dass wir als erste Partei in diesem Land und danach von vielen anderen, auch Vereinen, Initiativen und anderen Parteien aufgegriffen, Gaspreisdeckel gefordert haben. Das heißt, wir freuen uns, dass es tatsächlich Maßnahmen gibt, perspektivisch, die darauf abzielen, die horrenden Energiepreise für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land tatsächlich abzumildern, abzufedern. Wenn man sich aber ansieht, was die Ampel da jetzt wieder vorgeschlagen hat, was die Gasexpertin und Kommission Gas und Wärme vorgelegt hat, dann ist das ein Ausdruck des in der Ampel anhaltenden Streits. Der Staat soll also im Dezember die Abschlagszahlung übernehmen, dann in einer zweiten Stufe im kommenden Frühjahr, also nach dem Winter erst, nachdem die Leute mit diesen hohen Rechnungen konfrontiert gewesen sind, wird dann auf der Basis von 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs die Gaspreisbremse eingeführt, so ist das zumindest vorgesehen. Der Preis wird dann subventioniert auf einen Preis von 12 Cent pro Kilowattstunde und alles, was über diesen 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs liegt, muss dann entsprechend mit den marktüblichen Preisen berechnet werden. Ähnliche Regelungen, ohne jetzt da ins Detail gehen zu wollen, gelten auch für die Industrie. Da beträgt allerdings das Kontingent 70 Prozent zu einem Preis von 7 Cent pro Kilowattstunde. Wenn man sich das anguckt, frage ich mich nach den Steuerungssignalen, die die Ampel da ausstrahlen will oder aussendet, ich halte das für völlig falsch, weil die Ampel dort ein zutiefst unsoziales und ungerechtes Modell der Gaspreisbremse vorstellt. Hoher Energieverbrauch wird subventioniert und das führt dazu, dass diese Gaspreisbremse, so wie sie angedacht ist, im Endeffekt private Schwimmbäder, großzügige Villen- und Dachgeschosswohnungen mitfinanziert, während diejenigen, die sowieso schon über Jahre hinweg nicht genug Geld in der Tasche hatten und sparen mussten, bei der Energie weiterhin dazu gezwungen sein werden, zu sparen. Das ist zutiefst unsozial, das ist unökologisch und auch die Einsparprozesse, auf die ja eigentlich so eine Gaspreisbremse abziehen sollte, werden damit natürlich nicht erreicht werden können. Also es gibt im Übrigen auch keine Preiskontrolle. Die Intervention in den Markt, die angekündigt wurde, ein Redesign, eine Erneuerung des Energiemarktdesigns ist irgendwie auf das kommende Frühjahr verschoben. Das ändert natürlich nichts an dem kompletten Marktversagen, mit dem wir gerade konfrontiert sind. Das ist also eine völlige Fehlanzeige und führt dazu, dass Anbieter, Gasanbieter, die aufgrund ihrer eigenen verfehlten Politik sich auf den kurzfristigen Sportmärkten mit Gas versorgen müssen, dort quer subventioniert werden von der Bundesregierung, also durch öffentliche Steuergelder an dieser Stelle die Gasversorger quer subventioniert werden. Das führt uns immer wieder auch zu der Forderung, dass die Privatisierung und die damit einhergehende Preisexplosion auf den Märkten, auf den Energiemärkten zurückgedreht werden muss, dass die Energieversorgung wieder in öffentliche Hand und unter demokratische Kontrolle gehört. Und das Modell, was die Bundesregierung hier für die Gaspreisbremse vorgelegt hat, das ist tatsächlich kein Doppelwumms, sondern Doppelmurks, das ist Krisenpolitik für Besserverdienende, das ist gelinde gesagt eine Verarschung der Bevölkerung. Immer die Gelegenheit zu fragen. Herr Beuker. Ich bin ein bisschen irritiert. Ich habe gestern Janine Wissler gehört, ihren Bundesgeschäftsführer und jetzt Sie beide. Ich habe dort gelernt, dass Sie klare politische Forderungen gestellt haben, alle richtigen Forderungen, dass Sie tolle Spitzenkandidaten hatten und einen tollen Wahlkampf gemacht haben. Und als einziges Argument für die 2,7 Prozent habe ich gehört, dass der Wahl populär wäre. Jetzt ist es aber die vierte Wahl, wo sie unter drei Prozent ist. Sie können das doch nicht immer auf den Ministerpräsidenten schieben. Gibt es keine anderen Gründe für die Linkspartei, warum sie so bescheiden abgeschnitten hat? Herr Beuker, die Gründe, warum wir so gut gewesen sind, sind alle richtig, die Sie nennen, aber natürlich haben wir tiefer gehende Probleme als Partei. Das wissen Sie und Sie wissen auch, dass wir intensiv daran arbeiten, diese Probleme zu überwinden. Und leider ist dieser Wahlkampf in eine Zeit gefallen, wo man konstatieren muss, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, tatsächlich mit der Einheitlichkeit nach außen zu agieren, die es braucht, um solche Wahlkämpfe tatsächlich erfolgreich zu gestalten. Ich würde gerne noch mal nachhaken. Die Probleme der Zerstrittenheit hat die AfD auch. Die AfD hat ihr Ergebnis fast verdoppelt in dieser Landtagswahl, hat ähnliche Themen angesprochen wie Sie. Woran liegt es, dass die AfD es schafft, die Wählerstimmen, die Unzufriedenen bei sich zu sammeln? Und müssen Sie nicht vielleicht darüber nachdenken, Themen wie sie Sarah Wagenknecht deutlich anspricht, Sanktionen gegen Russland abzuschaffen, Nord Stream 2 vielleicht auch wieder Betrieb zu nehmen, vielleicht doch zu eigen zu machen? Vielleicht hat sie doch die bessere Ansprechhaltung? Der Protest geht im Moment in großen Teilen in Richtung AfD und das, glaube ich, ist der entscheidende Unterschied dort, Scheinlösungen für die soziale Krise, in der wir uns befinden, angeboten werden, Lösungen, die auf eine Abkürzung tatsächlich von realer Politik hinweisen und die an dieser Stelle mit unserem Forderungskanon, nämlich eine starke sozialpolitische Ausrichtung unserer Forderungen in den Mittelpunkt zu stellen, tatsächlich nicht kompatibel sind. Ich bedauere sehr, dass die AfD so aus der Unzufriedenheit und der Demokratieverdrossenheit tatsächlich der Bevölkerung aus dem vollen schöpft an dieser Stelle. Wir werden weiterhin unsere sozialpolitischen Forderungen ins Zentrum natürlich stellen. Wir werden weiterhin auch Protest mobilisieren. Auch im Oktober gibt es weitere große Protestveranstaltungen und wir werden deutlich machen, dass dieser Protest in demokratischen Bahnen abzulaufen hat und sich eben nicht an die AfD richten sollte oder dass die AfD am Ende Nutznießerin dieser Protestbewegung ist, die berechtigt ist, sondern wir werden weiter für unsere Position werben. Herr Volker? Ja, nochmal eine Frage. Sie haben eben gesagt, von wegen in den Städten haben Sie wesentlich besser abgeschnitten als auf dem Land, das ist natürlich richtig. Tatsache ist aber auch, dass Sie in den Städten dramatisch verloren haben und dass Sie jetzt nicht mehr bei 4,6 stehen, sondern 2,7 liegt entscheidend daran, dass Sie in den meisten Wahlkreisen in Göttingen, dass Sie in Oldenburg, dass Sie in Hannover dramatisch eingebrochen sind und es ist ja wohl nicht nur das Problem, dass Sie die Prekarisierten nicht erreichen, sondern dass Sie inzwischen, anders als früher, auch nicht mehr die Akademiker erreichen. Also eigentlich erreichen Sie auch dieses Potenzial nicht, was dann zu den Grünen abgewandert ist. Wollen Sie da in dieser Politik was ändern oder wollen Sie einfach so weitermachen? Möchtest du dich zu den konkreten Ergebnissen äußern? Ich möchte nochmal betonen, was ich auch gerade gesagt habe. Ich sehe ein ganz klares Problem darin, dass wir keine NichtwählerInnen-Strategie haben. Wir können im Gegensatz zur AfD die ProtestwählerInnen nicht mehr ansprechen. Wir sind seit Jahren in Regierungsverantwortung in verschiedenen Bundesländern. Das ist dann für uns leider nicht mehr so einfach, beziehungsweise bin ich froh, dass es nicht mehr so einfach ist, denn das zeigt ja, dass wir an vielen Stellen positive Veränderungen bewirken können, dass wir sie aber leider nicht gut transportieren können. Also da ist einfach für mich ein ganz klarer weißer Fleck, an den wir ran müssen. Da sind wir uns, glaube ich, einig und das Zugeständnis mache ich auch sehr gerne, dass wir da Probleme haben. Und das werden wir aber gemeinsam diskutieren und erarbeiten. Ich glaube, da besteht auch eine große Einigkeit, dass wir das schaffen müssen, diese Menschen wieder anzusprechen, ohne die anderen zu verprellen, weil sie sagen, es gerade schaffen wir es, irgendwie beides hinzubekommen. Und das muss sich auf jeden Fall ändern. Aber in den Städten haben wir trotzdem noch relativ gute Ergebnisse. Und da sind wir natürlich froh darüber. Das liegt auch daran, dass wir da viele GenossInnen haben, die aktiv waren. Aber so kann es nicht bleiben. Frau Fröhoff. Frau Reichenek, explizit die Frage an Sie, die umstrittene Rede von Frau Wagenknecht im Bundestag, hat Ihnen geschadet oder genutzt? Ich sage ganz ehrlich, ich kann die Frage nicht mehr hören. Also nehmen Sie es mir nicht übel. Ich habe jetzt diese Nacht kaum geschlafen. Ich habe jetzt wochenlang durch die Straßen gerannt und das Einzige, was ich immer wieder im Wahlkampf höre, ist Sarah Wagenknecht, offener Brief hier, offener Brief da. Und wir sind in einer riesigen Krise gerade. Wir haben eine Inflation. Die Menschen können sich die Energie nicht leisten. Der Gaspreisdeckel oder was auch immer das sein soll, das wurde gerade gut dargestellt, funktioniert nicht wirklich. Die Schlangen vor den Tafeln werden immer länger. Aber das Einzige, worüber ich diskutieren soll, ist Person A oder Person B. Und ich glaube, das ist auch Teil des Problems. Ich würde mich freuen, wenn wir in dieser Intensität zum Beispiel mal über Kinderarmut diskutieren würden. Das ist ja so mein Herzensthema. Da kommt jedes Jahr wieder eine neue Zahl. Meistens ist sie immer noch bei 20 bis 25 Prozent. Und der Aufschrei bleibt halt aus. Also das wäre doch mal eine Sache, dass wir irgendwie anfangen, das zu diskutieren und nicht noch zehnmal über Sarahs Rede, weil ganz im Ernst, es geht ja nicht um eine Person. Wenn es so einfach wäre, dann hätten wir das vielleicht auch schon gelöst. Aber so einfach ist es nicht. Ja, und da habe ich ja schon gesagt, dass wir da an einer gemeinsamen Strategie arbeiten müssen, die wieder zu erreichen, für die wir eigentlich da sind. Das haben wir jetzt leider bis zu der Wahl nicht geschafft. Ich hätte mir gewünscht, es wäre anders gewesen. Aber wir haben jetzt viele positive Erfahrungen gemacht im Wahlkampf. Die werden wir gerne auch der Bundespartei natürlich zur Verfügung stellen. Die haben das ja auch mit begleitet. Und darauf aufbauen können wir ja weitermachen. Und das werden wir auch. Die Linke wird gebraucht. Das wissen wir. Sieht man denn irgendwelche Konsequenzen jetzt aus dieser, ich weiß nicht, wie vielten Niederlage? Also gab es da jetzt im Geschäftsführer im Parteivorstand oder sonst was schon Überlegungen konkret? Ich meine jetzt gar nicht personell, aber vielleicht auch, dass man strategisch nochmal ganz anders überlegt als der Weg, den man in den letzten Monaten gefahren ist. Ja, Sie können davon ausgehen, Herr Lehmann, vielen Dank für die Frage, dass wir natürlich intensiv darüber nachdenken, wie wir unsere Wahlergebnisse zukünftig wieder verbessern können und dass wir entsprechend uns auch inhaltlichen Klärungsprozessen und strategischen Klärungsprozessen aussetzen und die offen miteinander diskutieren und intern miteinander diskutieren, wird Sie nicht überraschen. Wir greifen auch sehr gerne auf die Erfahrung unserer niedersächsischen Genossinnen und Genossen zurück an dieser Stelle, aber dass ich Ihnen unsere Ergebnisse in der öffentlichen Pressekonferenz jetzt schon mitteilen kann, das werden Sie verstehen, dass ich das nicht tue. Zur Ergänzung, mein Landesvorstand wird sich am Samstag treffen. Wir werden da nochmal intensiv diskutieren. Wir haben im November einen Landesparteitag zur Wahlauswertung. Wir werden auch versuchen, eine Umfrage zu entwickeln, an der sich alle Mitglieder beteiligen können, die uns auch nochmal Feedback geben können, was lief gut, was nicht so, wo sind vielleicht Verbesserungsvorschläge auch und dann werden wir da gemeinsam vorangehen. Und da lassen wir uns auch nicht irgendwie gegeneinander stellen, sondern das kriegen wir gemeinsam hin in Niedersachsen. Dann hatte sich Frau Fröhauf nochmal gemeldet. Herr Schlimmann, wie stehen Sie denn in der Diskussion um den BSI-Chef Schönbrunn? Es wird ja gerade darüber diskutiert, ob er zu halten ist oder nicht. Wie ist Ihre Position oder wie ist die Position der Linken? Wenn er tatsächlich Kontakte zum russischen Geheimdienst gehabt haben sollte, was ich gehört habe aus der Presse, also von Ihren Kolleginnen und Kollegen erfahren habe, dann denke ich, ist das äußerst schwierig, diese Personalie im Amt zu behalten. Und dann wäre wahrscheinlich ein Rücktritt das Angemessene. Selbstverständlich. Mich würde nochmal die Alternative der Linken zusammengefasst interessieren. Sie haben uns gerade erklärt, was jetzt irgendwie nicht funktioniert aus Ihrer Sicht. Aber vielleicht können Sie nochmal einen Alternativvorschlag, den Sie haben, kurz umreißen. Ja, sehr gern. Also unsere Genossinnen und Genossen in Bremen haben da einen ganz hervorragenden Vorschlag unterbreitet. Den würden wir auch gerne nochmal der Expertin in der Kommission Gas und Wärme zur Verfügung stellen. Da geht es nämlich darum, dass pro Haushalt ein subventioniertes Grundkontingent zur Verfügung gestellt wird. Und dann plus jede weitere Person nochmal entsprechender Aufwuchs dieses Grundkontingentes sich vollzieht. Aber damit kommt man aus der Situation heraus, dass die Haushalte, die mehr verdienen, tatsächlich dann auch einfach mehr verbrauchen können. So wie es im Moment der Entwurf der Bundesregierung vorsieht oder der Expertin in der Kommission. Sondern da ist praktisch pro Haushalt das Grundkontingent gedeckelt. Das führt dazu, dass Haushalte, die mehr verbrauchen, wie wir wissen, in der Regel diejenigen, die auch ein höheres Einkommen haben, dann am Ende auch mehr zahlen. Wohingegen das Aufkommen derjenigen, die wenig in der Tasche haben, damit gesichert ist. Und das ist sozusagen sozial gerecht. Das setzt Sparanreize in die Haushalte und es ist ökologisch. Das, was die Bundesregierung gerade vorgelegt hat, ist weder ökologisch noch sozial gerecht, noch gibt es da irgendwelche Sparanreize. Das sehe ich im Moment nicht. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich sage bis zur nächsten Woche. Vielen Dank. Dankeschön.